Sie weiß, wovon sie spricht. Claudia Jung steht seit 35 Jahren auf der Schlagerbühne. Im bunte.de Interview verrät sie ihr Erfolgsrezept, und das hat mit Helene Fischer zu tun. Den Traum, Schlagersängerin zu werden, haben viele. Realisieren können ihn allerdings die wenigsten. Claudia Jung, 59, hatte das Glück und das Talent. Seit 35 Jahren steht sie auf der Bühne, feierte vor allem in den 80ern und 90ern Jahren Mega-Erfolge. Songs wie Je Tem, Mon Amour oder Komm und Tanz ein. Letztes Mal mit mir sind echte Evergreens. Und auch heute noch ist Claudia Jung auf den großen Bühnen dieses Landes zu Hause. Etwa in Giovanni Zarellas, 45, Show in Dortmund. Bunte.de trifft die sympathische Wahl Bayern dort zum Interview. Claudia Jung über ihre Schlagerkarriere. Ich lass mich von der Branche nicht auffressen. Dass sich Claudia Jung nicht von den angeblichen Idealen ihrer Branche verrückt machen lässt, wird im bunte.de Interview mehrmals klar. Statt in einer luxuriösen Stadtvilla lebt die 59-Jährige mit Mann, Tochter, Schwiegersohn und Enkelin auf einem Bauernhof in der bayerischen Provinz. Das ist schon sicherlich eine spezielle Art zu leben, die man so nicht unbedingt von jemandem erwartet, der im Rampenlicht steht. Aber für mich ist das genau der richtige Gegenpol zur Glamour-Welt meines Berufes. Und auch der in der Branche oft geäußerte Wunsch, ewig jung sein zu müssen. Lässt Claudia kalt. Schönheitsoperationen sind nichts für mich. Aber über das Thema muss ich mir auch keine Gedanken machen. Solange ich in den Spiegel gucke und denke, ja, da passt noch alles. Klingt, als hätte es die fast 60-Jährige geschafft, im wilden Show-Business nicht unterzugehen. Oder um es in ihren Worten zu sagen, ich lass mich von der Branche nicht auffressen. Es gibt sicherlich andere Künstlerinnen, die von außen, von ihren Fans, von ihrem Management, von ihrem Plattenlabel, einen Druck verspüren. Der ist nur anders. Und das ist nur anders. Und das ist nur anders. Und das ist nur anders. Vielen Dank.